Hast du den dritten Leer, ja? Ach, juckt's. Danke viel, irgendwo. Also den dritten Leer, der kann schon einiges machen. Ja, den dritten Leer ist ja fast das Ende. Erstmal was essen. Sollte das hier. Können alle einen machen. Beide darfst du aufrufen. Ach, einigsten sind wir alle Bäume hier wieder. Ja, ehrlich. Neuronfrost, HES Connected. HES Connected? HES, HES. HES. HASS. HASS Connected. Oh, oh, oh. Hat den HASS Connected. Jetzt haben wir drei Wochen nicht mehr gespielt, weil ich weiß, was da los war. In der Ausbildung waren drei Nächte. Optional. Also, das Projekt muss erstmal wieder Holz fällen gehen. Ah. Ich sag ja, bei mir in der Ausbildung, also in meinem Beruf, da hab ich auch nichts geändert. Da schau ich ja nicht mehr durch. Ähm. Oh, oh, oh. Hunger hab ich auch. Ich weiß gar nicht mal, was Phase ist, ey. Ich auch nicht. Ähm. Ähm. Meistens das Schwarze. Mach mir das Fleisch, ne. Ich überleg grad, bei dem M und bei dem blauen Fernseher waren wir ja schon. Und bei dem Essensbunker. Wenn das so leuchtet, ne? Ich hab... Ich hab... Äh... Ich weiß, dass wir am Bunker, äh, den Bunker am Strand haben wir gemacht. Das weiß ich noch. Ja. Mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr welche. Ich hab wieder alles verdrängt. Nee. Mach ich nicht. Ist echt so. Ich hab auch keine Ahnung mehr. Ich weiß doch nicht, Junge. Da hinten blinkt irgendwas. Was blinkt denn da? Ja, genau. Da blinkt was zu essen. Ein M und, äh, ein Fernseher. Ein blauer. Das muss ein Meckes sein. Ja. In den drei Wochen hat hier ein Meckes aufgemacht. Ich hab ja auch jetzt noch ein Update, ne? Für Sams. Ja, 500 MB. Richtig, ja. Ja. Was? Ich denke mal, da stand auf der Webseite, beziehungsweise bei Steam stand nicht viel. Ich denke mal, es wird Performance sein. Performance ein paar kleine Bugs oder sowas. Glaub nicht, dass da was zugekommen ist. Die Spiele sind nett. Die ist auch noch ein Jahr älter und dann in der Ausbildung. Wie ist ein Jahr älter? Bei Bailey. Als Jubil im dritten Jahr ist aber ein Jahr älter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ist ein Jahr älter wie Bailey. Mhm. Jawoll. Kann man sich mal gönnen. Kann man sich mal gönnen. Weißt du, das ist ja alles Mose. Hier ist ja überall Halleluja in der Schule eine Ausbildung gemacht. Ich weiß nicht. In dem Alter nochmal eine komplette Ausbildung mit den ganzen Jungspunden da in der Schule. Ja. Aber ich glaube, du nimmst das halt ein bisschen entspannter, so eine Ausbildung als Jungspund noch. Also als älterer. Ja. 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 Weil du wirst ja dann auch ein bisschen erfahren und dann hast du eine andere Herangehensweise an das ganze. Das einzige Problem hast du dann hast, ist das Lernen. Ja. Das Lernen haben die Jüngeren ein bisschen besser drauf logischerweise. Stimmt. Ja und das Unterhalten. Also ich wüsste gar nicht, was ich mich mit den ganzen Jungspunden da noch großartig unterhalten. Ja. Ja. Das mach ich ja Belli. Genau. Dass sie vielleicht nochmal eine Art Umschul macht oder so. Aber es wurde jetzt auch halb viel. Also nicht bei mir im Beruf, sondern wie ich kenne so. Und auch jetzt irgendwie in die Pflege gehen. Okay. Pflege ist aber ein Hammer. Hammer. Ich glaub finde ich. Ja absolut. Absolut. Da musst du echt so Nerven haben. Hier ist ein Bunker. Da wundere ich Belli hier auch. immer für einen, dass er das so schnell hat. Und dann nur Nachtschicht, ey. Nacktschicht. 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 Dann weiß ich nicht ob Belli das hat. Doch garantiert. Belli hat bestimmt Bock auf Nacktschichten. Ja. Doch. Was ist jetzt hier mit der Taschenlampe? So ähm. Hallo. Hallo. Der hat mir unser Schüffel ausgemacht. Oh. Ich weiß nicht. Boah. Ist anybody da? Alter. Dreckigen. Hier waren wir schon. Ist der Fressensbunker. Was? Dreckigen mit dem Essen. Darf ich mal. Darf ich wieder viel sagen? Was ist für mich einfach ausgesprechen? Der ist mit. Unser Restaurantchefin. Unser Restaurantchefin? Ja. Die letzte Woche. Die hat mir so viele Tipps gegeben. Die Samen. Ja. Alles. Achso. Beim. 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 Im Laden. Ja. Hast du eigentlich die Demo noch gespielt? Oder ist voll. Ne. Voll. Okay. Wie ist das eigentlich mit diesem Xbox Game Pass? Ja. Ich bin dir echt am überlegen. Wie funktioniert das? Du lädst dann praktisch die App runter? Machst dann diese. Modellliche Mitgliedschaften. Du kannst dann die Spiele die da in dieser. Bibliothek sind. Zocken bis jetzt irgendwann wieder rausfliegen. Also. Ja. Wie du schon sagst. Du lädst dir diese Xbox App runter. Für den Computer. Ja. Ein Beispiel. Und. Ähm. Machst die Mitgliedschaft. Und dann hast du. Ähm. In dieser App hast du dann die ganzen Spiele. Für Auswahl. Dann kannst du die alle runterladen. Okay. Viele sind original PC Spiele. Ja. Ne. Also so wie du sie auf PC auch bekommen würdest. Ja. Und. Manche sind eben. Ähm. Konsolenposten halt. Ja. Aber das sind die wenigsten. Okay. Wenn du nur für PC nimmst. Also. Hier. Wenn du nur für PC nimmst. Hast du auch nur. 9,99€ im Monat. Ja genau. Hab ich gesehen. Und für. 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 Beides. 15€ oder so. Genau. 14,99€. Ich hab ja beides. Weil meine Kinder haben ja die Xbox-Ponsole. Ja. Ne. Wenn du Ultimate nimmst. Hast du beides. Ne. Ich sage. Ich sage nur. Aber auf Playstation geht es ja logischerweise nicht. Ne. 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 was erlauben würde. Ne. 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 leuchten. Ne. 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 Ce. Zeig ich doch. Au. Au. Auuuuu. Du dreckigen Elender. の ______________. Jeff. Helfe Mami. Wo ist er denn? Mach mal her Tod, ich hab mir meine Giftpfeile zurück Ja, ich hab's auch gerade gesehen Wollen wir hier ihn häuten? Wollen wir ihn häuten 1, 2, 3 Steinigt ihn! Und selber? Oh, hier sind ja auch noch Baumstimme Krass Hier sind ja auch noch Baumstimme Wie war's denn bei der Schaufel denn nochmal? Muss ja hin mir irgendwas Ah, hier ist die Schaufel Hier ist die Schaufel Mach's nur okay Hä? Brauch ich nix aufschaufeln, ist er schon? Hä? Oh, da ist irgendwie ein Bug, hätte ich gesagt Bug, Bug Rogers Muss ich nicht schaufeln Bei mir sind die Gräber schon offen, aber ich muss sie trotzdem aufbuddeln Offen? So Ne, bei mir sind alle offen Nö, bei mir So Dinger in Peru Nö Nö Hä? Könnt man nicht früher mit der Schaufel Ah, Virginia? Gräber aufmachen? Ähm, war alles entspannt Oh, das freut mich Am 25... Ja, genau Mann, Virginia, du hast aber ein Kind Und dann sind die Aus den meisten Moss wahrscheinlich erstmal Im Puppen Man hat doch früher mit der Schaufel die Gräber aufmachen Ja, aber irgendwas stimmt Irgendwas ist hier ein Bug, weil wir müssen zwei offen Aber trotzdem zu Oh Oh Okay Ich weiß nicht was Keine Ahnung Keine Ahnung Ähm Waren wir eigentlich schon mal Ähm Ich muss mal gucken, Norden ist da Waren wir Östlich am Berg vorbei Östlich am Berg Aber wenn wir jetzt nach Norden schufst Da ist ja ein großes Strand doch da Wo die Höhle ist Ja Ja Und dann Dann war da heiß davon Da am Berg vorbei Waren wir da schon mal irgendwo Weil ich bin Ich meine Wir haben ein, zwei Bruchern noch nicht gefunden Ja, aber ich weiß nicht wo die sind Ähm Aber warte mal Wir haben doch immer durch einen Bruchern Wir haben die Pläne für einen anderen Bruchern gefunden, ne? Mutmaßlich Aber ich habe keine Ahnung mehr in welchem wir waren Ja Ich finde es auch kacke, dass du die ganze Map auf dem GPS nicht siehst Ja Das ist ein bisschen Ja, oder du sie irgendwie nochmal aufdecken kannst Ja genau, wo du halt mit einem Zoom mal die ganze Karte einfach hast Ja Also hier sind schon mal drei Ja Das meine ich ja Du musst wahrscheinlich dann Ähm Dieses FDK oder so Das muss erst geabredet werden Und sie muss selber auch Wahrscheinlich Warte mal Wir können Ich glaube Da vorne war Da vorne war ein Auto Ein Golfkarten Und auf dem Navi Das ist ja glaube ich besser gewesen Ich war einfach großer, ne? Ja Ich bin ja gar nicht groß, ne? Ja 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 Gehen Wo seid ihr kleine Rehlein? Wo seid ihr kleine Rehlein? Unser Schiller ist ja unterwegs Ja Ich bin ja nicht Warte Ja bitte Warte nochmal Ja Der macht selber was er will Der macht selber was er will Hm Wie alte Schlapperlasen da über meinen Schuh hängt ey Leite mich mal an, ich hab keine Ahnung wo ich hinfahre Steil Ja Boah ja Ganz 90 Grad Korbel Nach links Ok Da ist ein Baum in der 90 Grad Korbeln Ah Ja Ah Der reagiert wie ein Aschenbecher, ne? Das ist der Wahnsinn Wo sind denn jetzt die Rehlein? Ich will auch wenn man schon Fahrzeug im Spiel integriert Müssen die auch fahrbar sein Und nicht so viel Kann so ein Wolf karten FWL Ich seh Weil ich schieb an Ah, wir haben ja überhaupt raus hier Also Wir haben ja raus aus dem Fahrzeug Geh Geh? Warte Geh Geh? Verstehen jetzt Mit Geh Ach Geh Geh bleib schreien Geh wie weggehen Warum? Geh Nein, ich will nicht tauschen Ich will fahren Hallo Was ist denn jetzt? Oh man Alter diese Hitbox ey Au Ich stelle den in diesen Wald lauter Bäume und Steine Was ist denn hier? Hier lang oder was? Ja, fahr erst mal Bis Wenn man jetzt im Kreuz und dann links Wollen wir da rüber? Ich tu dir nix sorry Werden wir gleich sehen Geronimo Oh oh, ich glaub nicht Lass du siehst, lass du siehst Lass du siehst Ich bin ein U-Boot Ich hab gerade raufgefestigt Ja Jetzt müssen wir Ja Wir fahren einfach erstmal gerade auf Bis nach oben hin Okay Jetzt fahren wir erstmal in andere Richtung Was sagt, muss ich hier? Ey, hallo Stop Wir müssen mal eben aufräumen Hallo Hier ist nämlich einer eingebunden Da Ja, warum kann ich denn schießen? Er holt seine Kumpels Scheiße Hau ab Wir sind von einer Einwanderungsbehörde Sie müssen mal eben schämen bleiben Sie sind von einer Einwanderungsbehörde Wir beschert haben einen riesen Angst für uns Da sind blanke Proste Ui Oh, Vorsicht Au Alter, was hast du denn für einer? Du eine Au Vorsicht, ich nehm den dir Was denn? Woher? Nix, der überlegt, der denkt grad nach Oh, eh Olga, bleib da Da Alter Ich hab meine Liste Hahaha Nein, ich will das aufheben Oh, Virginia, Alter Nein, ich will das aufheben Nein, ich will das aufheben Äh Hä? Warum kann ich die Anlagen nicht aufheben? Ich meine mich fast Hä? Hä? Achso, ich hab schon ein Radio bei mir Das ist schon ein Radio Ich hab schon ein Radio bei mir Hier liegt Munition 9mm In der Kiste hier Alle Alle Oh, legst dich in die Sonne zum Ausruhen Oh Hier nebendran steht er wahrscheinlich hier Bleib stehen, Nufi Bleib stehen, Nufi Du hast'n bloß nicht eh am Rücken Hör auf Perverses Schwein Ist ja schön, dass ich nach links lenke, aber er grad ausfährt Alter Da Also wer Dreckiges 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 Oh, Ingenieur bringt mir tote Tiere Das ist ja Ne, bring mir keine In dieser Baum her Was jetzt? Steig doch mal ein Dankeschön F.A.M. ich war eingestiegen, losgefahren und dann kommt nochmal die Einsteig-Simulation Kann ich dir irgendwas geben? Irgendwas Ja Gibt's mir Außer meine erbarmungslose Liebe Die erbarmungslose Triebe vielleicht Hallo Vorsicht 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 Oh, oh Alter, alle überfahr ich plus die eine Urselnette, oder was? Aber, ich hab irgendwas abgeschauen Nein, oh Ist das ausgeschehen? Dreckige Viecher Ja Ich mach mal eben Essen und Trinken Ach Virginia, Mensch Ja, du Was versteht man denn an einem Kopfschuss, Alter? Willst du mich verarschen? An deiner Körpersprache sehe ich, dass du's willst Ich schieße mir den Kopf und der schmeißt mir einen Speer in die Brust So Und dann hier noch ein Rehlein Unfreundliche Person Hast du noch Fleischi? Das hat Leidenberger große Oh Komm hier Das war ein Kannibale Okay, das war jetzt ein bisschen übertrieben, aber Ich hab gestern Abend mal das Spiel ausprobiert, was du mir da drüben guckst Ich hab gestern Abend mal das Spiel ausprobiert, was du mir da drüben guckst Ja Ja Ja, wo kommst du denn her? Ja Der sieht irgendwie so wie ein Blatt aus, da muss man ein bisschen mehr in die Sonne hier Ja Ups Achso ist nix drin Da kommt einer eingelaufen Ich trink grad Ich hab mich ja Räucherwache Ja Ja Ich nehm ich mit Ganz Fleisch ist hier angegammelt, das ich hier gefunden hab Ist ja auch nicht okay So Ziemlich den fauligen Arsch mit, aber wo soll ich denn Was hast du den faulen Arsch? Ah, helfe Hi 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 Das hab ich mir gefrocken Das ist nicht mehr Mors Hab ich was gar nicht gefrocken Hast du den Arsch mal beschlossen? Jep Wer auf Frosty geht, kriegt's mit mir zu tun So Gießen will ich mal mit Oh Hä? Was war das? Hey Hey, nehm dir noch Und besser Oh, Entschuldigung So Gib mir dein Bein So Bist du ja endlich Lüber, Mann Das sieht auf jeden Fall so aus Braucht jemand ein Speer? Oh, ich hab die Taschen Ich hab die Taschen voll Was war denn jetzt? Alter Zombie Achso Niese Boah Niese Alter Oh mein Herr, ich bin doch so alt So alt? Nein Aber ich hab jetzt noch meinen Bruder Hab ich jetzt noch auch einen Zwiebel Einmal voll erfreut Ja Sehr gut So Äh Du schmeißt mir den Fouligen dann hin So Wollen wir mal weiter Oder? Ja, ich hab nur grad Die Taschen Die Taschen geleert Ja, aber Hell Hell Driver Oder Hell Diver Was du da gesagt hast Wenn es im Angebot ist Hol ich mir das auf jeden Fall mal Das macht Spaß Mein Bruder hat sich das auch geholt Hell Diver 2, ja Ja Das ist richtig geil Okay, fahr ich richtig? Ups Fahr doch einfach Ne, wir müssen noch eins Ne, ich hab's auch da dann fahren Ne, egal Fahr einfach Jawohl fahren Lassen Lass uns einfach mal Bisschen weiter weg fahren Damit wir mal gucken Ja Wir machen jetzt Zeitziehen Nennt sie sowas Zeitziehen Wie geht's euch denn? Wo ist denn jetzt hier? Warum hab ich denn nicht? Was soll denn anders? Das ist gut bei euch Left and right ziehen Left and right ziehen Kann ich hier nicht noch irgendwo Holz rumfliegen? Ne, offensichtlich nicht Das finde ich jetzt nicht gut Das finde ich hier So, das haben wir gleich wieder beim Hubschrauber an Das heißt, da müssen wir noch viel weiter fahren Oh, alle Hallo Hallo Ja Vorsicht Ich passe mal auf ey Wie immer Arbeit, Stress Aber sonst Die üblichen Verdächtigen Ja Ja Momentan haben wir ein bisschen Einbruch Was Arbeit angeht Echt? Ja Also Okay Wenn ihr die Wenn ihr die Wenn ihr die Ausrufezeichen sagt ein So Das hat sich gerade angehört, als ob ihr ein MG geschossen hat So, leerer Töpf Ist eigentlich voll schön Ja Wunderbar, knapp Ich auch Jetzt fahren wir jetzt zum Nordisch, oder? Ehm Ne Wenn wir jetzt rechts rum gleich fahren Ach ne Nordisch ist links rum Ja, sorry Na nicht wahr Immer rechts rum Was? Was? Okay Bei einigen So Da Einbruch ist Echt? Ich komm hier nicht rüber, Frusti Achso Ja, 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 ja Ähm So, Fleisch, nein Echt Wir verforsen haben wir Arbeit bis unser Sachverham Och, alter Und der ist im Moment Weil, aber nur bei uns Alle anderen haben Einigermaßen gut Arbeit Warum hast du eigentlich deine Tauchermaske noch an? Echt? Ähm, wie kann ich denn abreden? Du musst nur aufpassen, dass in der Nähe kein Stroh liegt, sonst werden sie wilder willig Ja Eklass Wer ist es willig? Ich komm hier nicht rüber Ah doch hier vielleicht Besser widerlich als wieder nicht Ja Hier vielleicht So hab ich ja immer nach der Weile Alu Ähm 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 Wir haben hier raus Äh, also das schwimmt jetzt Du, Vera, geil Geil Oh, jetzt haben wir das ansehen Ja, ja Ja Ja, wir haben ja zusammen Und Hopp, 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 hopp Jawoll Das ist ein Hüpfcard Das ist kein Golfcard Das ist ein Hüpfcard Ein Kängurukard Ja, ein Kängurukard Was ist denn jetzt? Was ist ein Maske? Wir brauchen noch auf Was? Wir haben ja den absetzen Dann... Ah ne, egal Ist dir was im Fußraum gefallen oder warum? Du siehst aus, ob du grad was im Fußraum suchst Ja, die Kontaktlinsen runtergefallen, Opi, oder? Hab ich auch gesungen? Ja, du hast dich ausgezogen, ja Ja Weißt du was du siehst? Ja, ich hab ihn eigentlich schon genommen Hallo Hallo Ah, ja, ja Ja, ich rolle immer rückwärts Alter Mach mal stehen jetzt Kann ich nicht? Ich rolle hier, ich stehe am Berg Was soll ich machen? Meer rein Ich sehe nichts Auf den Kessel Das würde ich jetzt aber Also wenn man es jetzt so auf den Kontext sieht So Meer rein, also Ja Genau das will er ja Auf den Topf mir reingekippt und trotzdem bin ich noch nicht voll Reingekippt? Ja, das hört sich eher wie Nein Ah, geil Reingeklippt vielleicht, ja Ach, sollen wir mal ausruhen? Wir fahren über Stock und Stein Oh komm Die Polizei Bist bald fertig, du kleine Sau Und wir fahren Aua Willst du jetzt auf den Berg rauf? Wo hast Was hast du jetzt vor? Boah, ich frag mal so viel Freunde Ich hab keine Ahnung Ah Bleib sitzen So, nur noch ruhig gefällig ist Ich brauche die Energy hier Ups Die ganze Rüstung ist weg, hier sehe ich halt Der Schlapperfluss ist weg Oh Mann Sind wir auch eingeschneit? Ja So, ich mach gleich noch Die Pupsen müssen weitermachen Zack Oh, Alter Weißt du, du gibst Gas Er lenkt nicht, aber er gibt Vollgas Ich wollte nicht schlafen Können wir das schaffen? Oh Gott, das ist schlecht Nein, wir sterben Ah Ich brech gleich, ey Ich seh nichts Huch Huch Ich weiß nicht, ob es gerade Einer von hinten angegriffen hat Und gestummt hat Keine Ahnung Wenn ja, danke Weil ich seh nur Evo im Gesicht Ich seh nichts Pfeu, Pfeu Komm, ich sag auf Bleib bis Ähm Kann ich denn schubsen? Kann ich irgendwie hupen? Ich kann nicht schubsen, warum kann ich nicht schubsen? Doch, eh Behüb mich Äh Achso, da unten Achso, da unten müssen wir Hallo Ähm Ähm Oh, Alter Ja Ähm Warum Kannst du mich ein bisschen hoffen, dass wenn ich einsteige? Wolle du so schwer bist Ich bin groß Ich bin groß Fast zwei Meter Ich auch Aber nicht in die Länge Zentimeter oder? Jeder Mensch hat zwei Meter Umfang Ja, das wäre schwierig, wenn du zwei Meter Umfang händest Jaa Kann man damit Bergsteigen? Fährt es auch hier hoch? Alter, wie geil ist das denn? Wir fahren senkrecht im Perko Mit dem Golfkart Physikalisch korrekt Jaa Das hat so viel Speed drauf die Karre Das ist ein Audi ist das Ne, das ist ein Audi Quattro, ja So, Jungen ist eigentlich auch schon alles fertig Ne, da ist noch nichts fertig Kann doch jemand den Werbespot Scheiße, jetzt hängen wir fest Äh, warte ich Äh, die Äh, hier die Die Äh, äh Schanzerhofen fahren ist, glaube ich Klar Aber die ist halt aus den 80ern und 90ern Ja, das meine ich ja, ob die noch jemanden kennen Ja, klar Was denn jetzt? Das sag ich auch ein bisschen Äh, hallo Ich komm da hinten nicht ran Da ist kein Punkt mehr Also du musst aussteigen dafür Sag ich das nicht Aber nur der Fahrer muss aussteigen Ach, ich weiß schon, ja Aber da fahren wir nicht hoch, Morbus Doch Warte So, kann man da vielleicht nochmal irgendwie Äh, ich will da ran, naa Ich will da ran, Junge Ich hab da zu Fuß nicht hoch Ja, oh Gott Ach, dann muss ich hier ja auch noch einkürzen Nein, nein, nein 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 Absurd Oh, er ist hängen geblieben Achso, ein Hilspeits Ich bin hängen geblieben Alter Ich bin hängen geblieben Also ich bin, Fußscham mich da nicht hoch Ne Nullscham Ach, das ist so Nein, 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 ich bin jetzt hoch Oh, Morbus, ich Ah, 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 ah Oh, nochmal Alter Wee Da nochmal einen halben rauf Das ist doch jetzt mal hier am Wasser eben hoch Na, ich komm nicht hoch Nullscham Nullscham So Nein Kommst du nicht hoch? Ne Upsa, ich bin abwärts gefallen Ich bin abwärts gefallen